Was willst du von mir? Ich habe das Zahnrad. Hey, gut gemacht. Ich denke, das wird klauen. Nun zu dir. Du suchst das Nest der Minecrawler. Geh mal zu Asgard. Er soll das Tor öffnen, damit du die dunklen Schächte durchsuchen kannst. Sag ihm einfach, alles wird gut. Dann wird er wissen, dass ich die Erlaubnis gegeben habe. Ich schaue mich mal um. Was willst du? Ich sehe, der Stampfer ist schon repariert. Ja, wenn es darum geht, die Leute zum Arbeiten zu bringen, sind wir ziemlich schnell. Was willst du? Hey, Asgard. Du kannst das Tor öffnen. Ich habe dir schon einmal gesagt, nur wenn Ian... Asgard, alles wird gut. Und einen schönen Gruß von Ian. Na gut. Wenn Ian die Verantwortung übernimmt. Aber nur unter einer Bedingung. Spuck's aus. Was für eine Bedingung. Besorge erstmal zwei bis drei Templer zur Verstärkung. Ich will nicht alleine hier stehen, falls die Crawler aus dem Schacht kommen. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin auf der Suche nach Sekret für Kalom und weiß, wo sich das Nest der Crawler befindet. Wenn der Durchgang geöffnet wird, bist du dabei? Der Kampf gegen Crawler kostet Blut. Wenn du mir einen Heiltrank bringst, bin ich dabei. Hier, vielleicht hilft dir das. Danke. Du kannst auf meine Stärke zählen. Wir treffen uns unten bei Asgard. Ich werde dort sein. Hey du. Ich weiß, wo das Nest der Crawler ist. Und werde hineingehen und etwas suchen, aus dem Kalom ein stärkeres Elixier bauen kann. Dann wirst du meine Klinge brauchen. Ich bin dabei. Gut. Wir treffen uns beim großen Durchgang. Lass mich... Man darf auch nicht alles glauben. Hey du. Ich brauche... Ich bin auf der Suche nach Sekret für Kalom und glaube zu wissen, wo das Nest der Crawler ist. Wenn der Durchgang geöffnet wird, bist du dabei? Das Nest der Crawler. Endlich. Mein Schwert kämpft für dich. Ich bin auf der Suche nach. 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 Alle Vorbereitung sind getroffen. Das Tor kann geöffnet werden. In Ordnung. Dann öffne du den Schacht. Der Tanz kann beginnen. Lass mich mal vorbei. Die Waffe! Dein Glück. Lass mich vorbei. Lass mich vorbei. Heute Abend gibt es weiter. Ich bin auf der Suche nach. 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 Was ist das? Achtung! 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 Gah! Geh! Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Gehe nun zurück ins Lager und beende deine Mission. Chor Kalom erwartet dich bestimmt schon. Der Schläfer erwache. Ich habe das Nest der Könige. Im Namen der gesamten Bruderschaft danke ich dir dafür. Möge der Schläfer auch weiterhin seine schützende Hand über dich halten. Der Schläfer erwache. Hey du. Hallo. Ich habe das Nest der Königin gefunden. Du hast Mut und Kampfgeist bewiesen. Solche Leute können wir gebrauchen. Möge der Schläfer dich schützen. Hey du. Hör mal. Hey du. Ich will. Hey du. Na gut. Verfall. Spre. Hau. Ver. Hey du. Der hat genug. Der hat gesessen. Du wirst wenig Zeit haben das zu bereuen. Hey du. Du hast mir ganz schön. Genie. Hau. Ver. Hey, du. Was willst du von mir? Ich habe das Nest gefunden. Dann kehrt jetzt hier endlich wieder Ruhe ein. Nichts für ungut. Gute Arbeit, Kleiner. Hier, nimm dieser Kiste Bier für deine Mühe. Ich schau mich mal um. 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 Das ist ja schon mal ein Problem. Quatsch wird man hier besonders scharf. Das ist wirklich nicht mein Problem. Sehr Quatsch. Hallo! Wie die Schürfer samm... Pass auf deinen Rücken auf! War nicht besonders schlau. Man muss eben aufpassen, was man auch erzählt hat. Man darf ja nicht alles glauben, was man hat. Der Quatsch wird viel. Kann schon sein. Der Quatsch wird viel. Soll ich damit nichts zu tun habe... Das passiert nicht. War doch klar, dass das Ärger... Hey du! Aber Walz für dich muss nicht gleich jeder wissen. Wegen der Sekten-Sache. Was gibt's? Ich hab noch nichts rausgefunden. Bleib dran! Aber Walz für dich muss nicht gleich jeder wissen. Ich hab noch nichts rausgefunden. Hey du! Wenn du meinst, erstmal abwarten. Du hast ja alles gegessen. Abwarten. Man darf auch nicht alles glauben, was man... Ich f- Ich f- Ich f- Hey du! Zeig mir... Ich f- Ich f- Ja, das ist ja auch hier.